Gestern war ich bei der Oma Großer, er kann klar sein, doch er laust du, was er sei Ob er dick ist, ob er lind ist, das ist völlig einerlei Ist er reich, nicht nichts mit Schaden, ist er arm, ist nichts dabei Ich hab gar nichts, sondern wünsche nur, laust du, muss er sein Ja, es gibt so brave Burma, die sich überhaupt nicht trauen Da sind mir doch viel, viel lieber, die auch mal am Lötzchen bauen Denn mit so einem wird es immer einen Grund zum Lachen geben Und da ist mir dann ganz sicher nie und nimmer, fahr im Leben Er kann groß sein, er kann klar sein, doch er laust du, was er sei Ob er dick ist, ob er lind ist, das ist völlig einerlei Ist er reich, nicht nichts mit Schaden, ist er arm, ist nichts dabei Ich hab gar nichts, sondern wünsche nur, laust du, muss er sein La, 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 la Er kann groß sein, er kann klar sein, doch er laust du, muss er sei Ob er dick ist, ob er lind ist, das ist völlig einerlei Ist er reich, nicht nichts mit Schaden, ist er arm, ist nichts dabei Er kann groß sein, er kann groß sein, doch nur laus, muss er sein. Ob er dick ist, ob er drin ist, das ist völlig generei. Ist er reich, steht es mit Schaden, ist er ums nichts dabei. Die Opfer nicht, sondern Menschen, nur laus, muss er sein. Die Opfer nicht, sondern Menschen, nur laus, muss er sein. Die Opfer nicht, sondern Menschen, nur hier, Cory privaten. Eine Bede, empez einer. incomweise AirPods. Untertitelung des ZDF, 2020